Herzlich willkommen zu einem weiteren Gründerinterview. Ich sitze hier mit Sebastian Schmid von Sleeves Up. Sebastian, herzlich willkommen erst mal. Vielen Dank. Sebastian hatte verschiedene Situationen in der Gründerszene, kann man vielleicht sagen. Sebastian hat an der RWTH Aachen einen Doktortitel gemacht, hat zuvor an der Frankfurt School of Finance, ich glaube ein paar Jahre vorher, studiert. Und du hast dann im Private Equity Bereich, aber auch in anderen Bereichen und Funktionen gearbeitet, richtig? Ja, das stimmt. Also Background ist eine klassische kaufmännische Ausbildung, beziehungsweise ein betriebswirtschaftliches Studium. Während der Uni dann aber schon relativ früh gemerkt, dass ich gerne was Unternehmerisches machen möchte, beruflich später mal. Hatte dann während der Uni-Zeit so die ersten Mini-Steps mal gemacht und so eine kleine UG gegründet mit einem Freund zusammen. Da haben wir Cocktails gemischt, also ein Bar-Catering. Ich wollte gerade fragen, was waren die ersten Ideen? Genau. Das war schon mal so, ganz gut zum Üben. Hab dann aber auch über verschiedene Stationen, Praktika oder neben der, so besser, ja, Praktika und Werkstudentenjobs Kontakt kriegt so in den Venture Capital Bereich. Hab da in einem Angel-Netzwerk eine Zeit lang mal mitgearbeitet. Also das Ganze mal so aus Investorensicht begleitet und dann nach der Uni eigentlich so mein erstes klassisches Start-up, kleines Tech-Unternehmen gegründet, auch mit ein paar Kommilitonen zusammen. Was haben wir da gemacht? Wir hatten die großartige Ambition, den Gastro-Bereich ein Stück weit zu digitalisieren und wollten eine Plattform bauen, um Gastronomen und Gäste noch besser zusammenzubringen, ein Incentive-System, also ein Anreizsystem zu schaffen für Leute, die gerne viel unterwegs sind. Das war dann eine App auf User-Seite, eine Plattform auf Gastronomen-Seite. Hat leider nicht geklappt, beziehungsweise ging zu langsam, weil Gastronomie super schwerer mag, da reinzukommen, Partner zu gewinnen und so. Und da haben wir uns lange die Zähne dran ausgebissen und irgendwann dann halt gemerkt, klappt nicht so ganz, jetzt machen wir was anderes. Sehr kompetitiv in der Gastronomie, ne? Ja, das ist nicht nur kompetitiv. Es gibt natürlich viele Leute oder viele Start-ups, die in dem Bereich was machen wollen. Aber es ist halt eben schwer reinzukommen und wirklich auf einem, ich sage jetzt mal, professionellen Level mit Gastronomen auch zusammenzuarbeiten im Bereich Technologie und Digitalisierung. Ja, weil ich meine, digitales Kassensystem haben mittlerweile viele, aber wirklich über so eine Plattformlösung mit den Gästen auf einen persönlichen Austausch zu gehen und das als Marketing-Tool irgendwie auch zu nutzen, so weit gehen die Kapazitäten da oft gar nicht. Ja, da ist man halt froh, wenn der Laden voll ist und wenn auch genug Personal da ist, um eben jeden Gast glücklich zu machen und dann mit dem Kassensystem, was dann elektronisch geht, noch funktioniert. Dann sind viele eben an der Stelle happy und dann ist es eben schwer, da noch was oben drauf zu setzen. Aber auch sehr kompetitiv ist ja der, ich weiß gar nicht, wie man die speziell die Industrie oder Subindustrie nennt, Coworking Spaces. Wir sitzen hier bei Minespace, WeWork ist ein anderer. Ihr von Sleeves Up, ihr habt wie viele Standorte? Wir haben Stand heute elf Standorte, die sind natürlich nicht vergleichbar mit jetzt einem einzelnen WeWork-Standort jeweils. Also die bewegen sich alle so zwischen 1000 und 1500 Quadratmetern in Größe und wir sind auch deutlich mehr verteilt und fokussieren uns mit unserem Ansatz mehr auf die B-Lagen, Randlagen von den großen Städten, also hier in Frankfurt zum Beispiel, haben wir vier Standorte. Davon ist eigentlich nur einer ziemlich zentral, die anderen sind so außenrum eher angeordnet und haben darüber hinaus ein paar Satelliten. Also zum Beispiel Hannover, Aachen haben wir noch zwei Standorte, aber ansonsten halt, ich sage mal, im erweiterten Rhein-Main-Gebiet, Gießen, Offenbach, Richtung Darmstadt haben wir jetzt einen und einer kommt demnächst noch dazu. Wir probieren also in dem Bereich wirklich uns eher auf Lagen zu konzentrieren, die von den großen internationalen Anbietern nicht so sehr bedient werden, nicht so sehr bedient werden können, weil da auch, also in diesen Lagen ist natürlich auch eine Nachfrage, gerade im Bereich Kleinunternehmer, Gründer, Solo-Selbstständige, aber auch Mittelständler, die schon gerne auch dieses flexible Arbeiten, New Work für sich nutzen wollen würden, aber halt auch nicht unbedingt dann in die Metropolen immer rein wechseln möchten, weshalb wir eben dann mit unserem Produkt dorthin gehen, wo der Bedarf noch nicht so befriedigt wird im Moment. Was wäre denn, das ist hier ein Event für die Umgebung Frankfurt-Rhein-Main, was wäre denn im Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet, was genau wäre B-Lage? Im Prinzip alles außerhalb von Frankfurt, ja, also ich sag mal. Und wo nicht C ist, ne? Genau, genau, also ich sag mal, alle Städte, die man in Rhein-Main oder ich sag mal in Hessen aus dem Kopf vielleicht kennt und auf der Landkarte drauf zeigen könnte, ist so klassisch B-Lage. Wir gehen aber auch durchaus in eher in C-Lagen, wirklich noch mehr in die Region. Dreieich zum Beispiel haben wir aktuell auch einen relativ neuen Standort. Das ist jetzt Kreis Offenbach und würde man wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt drauf kommen, dort einen Coworking-Space zu suchen. Genauso Weiterstadt, das kennt man vielleicht noch, weil man an der 5 da regelmäßig dran vorbeifährt, wenn man nach Süden oder nach Darmstadt will. Aber ansonsten sind das dann doch wirklich kleinere Gemeinden. Aber auch da merken wir halt, dass dort immer noch dieser Einzugsbereich von Frankfurt eben sehr stark funktioniert. Dort wohnen viele Leute, die dort vielleicht vom Homeoffice aus arbeiten und eigentlich ganz froh sind, wenn sie eben nicht immer nach Frankfurt im Berufsverkehr reinpendeln müssen und als Alternative zum Homeoffice vor Ort eben auch so einen Coworking-Anbieter vorfinden. Ihr seid in Darmstadt, ich war tatsächlich Ende August, Anfang September auf einem Event in Darmstadt bei euch, ein Pitch-Battle, ein Pitch-Grill. Und ihr habt euch dort sehr cool oder die Veranstalter eben mit eurer Hilfe sehr cool auf die Corona-Umstände eingestellt, indem es hauptsächlich draußen stattfand. Und man konnte zum Beispiel, wenn man rein musste aus irgendeinem Grund auf Toilette oder so, die eine Richtung rein, die andere raus. Und da fand ich, war ich, nicht, dass ich euch das nicht zutrauen würde, sondern ich war generell überrascht, dass man in Corona-Zeiten so cool ein Event hinbekommt. Das war Open Air, es waren viele Leute da, man hatte viel Platz. Alle haben sich wohlgeführt. Das war richtig cool. Und habt ihr da noch für Events anderer Art oder generell für den Arbeitsbedarf in Coworking-Spaces seit März 2020, seitdem wir Corona haben, habt ihr da noch bestimmte Maßnahmen und Ideen, wie man den Betrieb trotzdem weiter aufrechterhalten kann? Also erstmal auf das Event bezogen, das war natürlich auch ein Stück weit ein glücklicher Umstand, weil wir den Vorteil haben, da in dem Space in weiter Stadt eine riesengroße Dachterrasse zu haben einfach. Dann war es noch Sommer, also für das Event eigentlich ideal, weil man an der frischen Luft war und die Abstände halt auch super gut einhalten konnte. Noch dazu war der Space selber eben baulich soweit ideal, dass man eben dieses Einbahnstraßensystem machen konnte. Insofern an der Stelle sicherlich ein glücklicher Umstand, den wir an den anderen Standorten in der Form jetzt nicht so ohne weiteres hätten machen können, weil wir nicht so eine große Dachterrasse haben, also in der Größenordnung einfach. Wir probieren aber schon in zwei Bereichen der Corona-Situation irgendwie gerecht zu werden. Das ist einmal bei unseren Meetingräumen, die wir in verschiedensten Größen vorhalten oder auch Community-Bereiche, die wir vorhalten, dass wir schon probieren, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich muss mieten, warum auch immer, aber Abstände einhalten etc., dass wir da probieren, dann schon auch ein Stück weit individuelle Lösungen zu finden, um sowas möglich zu machen. Und das andere, wenn es eigentlich wirklich um das Thema Büroarbeit geht, haben viele halt das Problem, also gerade viele auch größere Unternehmen, dass die natürlich super stark auf das ganze Thema Großraumbüro, Open Space fokussiert waren oder sich so aufgestellt haben. Und das haben wir bei uns bewusst nicht gemacht bei der Planung neuer Spaces, auch vor Corona schon, weil wir eigentlich davon überzeugt sind, genau, dass wirklich fokussiertes, konzentriertes, produktives Arbeiten am besten funktioniert, wenn ich auch mal die Tür hinter mir zumachen kann. Das heißt, bei uns im Kern steht eigentlich das kleinteilige Teambüro, zwei Arbeitsplätze, zwei bis vier Arbeitsplätze und das ist eigentlich für Corona ideal. Wir achten auch darauf, dass die Fläche im Office groß genug ist, dass die Schreibtische groß genug sind, dass man erstens produktiv arbeiten kann, also wirklich 80 Zentimeter tiefen Schreibtisch hat, dass du automatisch die 1,50 Mindestabstand einhalten kannst. Das ist nicht überall gegeben, nicht bei jedem Anbieter gegeben. Wir waren von Anfang an, war uns das wichtig, weshalb das jetzt in Corona-Zeiten natürlich nochmal ein Vorteil ist und wir eben sagen können, hier bei uns gibt es nur einen ganz, ganz kleinen Anteil Open Space, weshalb die Leute trotzdem zum Arbeiten kommen können und auch sicher arbeiten können in unseren Räumen. Das ist an der Stelle sicher auch ein glücklicher Umstand, dass wir schon vor Corona auch so geplant haben. Ich habe bisher mehrere Coworking Spaces kennengelernt, inklusive euren und auch schon bevor ich Sleeves Up kannte, dachte ich mir, als ich so in anderen Einschläge in Coworking Spaces war, dass mir erstens eben auf dem Schreibtisch manchmal der Platz gefehlt hat zum Arbeiten. Und es war doch auch ziemlich laut und es sind Dinge vor sich gegangen, die es für mich schwierig gemacht haben, mich wirklich zu konzentrieren und mal ein paar Stunden Ruhe zu haben. Und deswegen ist unterm Strich für mich so ein Coworking Space, wie ich ihn gerade nannte, langfristig nichts, weil ich da nicht meine produktive Arbeitszeit reinbekomme. Aber da positioniert, da grenzt ihr euch ja klar von anderen Größeren, wie zum Beispiel WeWork Up, richtig? Also wie gesagt, unser Kernprodukt ist eigentlich das kleinteilige Teambüro für zwei, drei oder vier Personen. Ich war am Anfang, als wir angefangen haben, dachte ich auch immer, ja, irgendwie Open Space und alle in einem Raum, super cool und wichtig. Wir haben aber dann doch relativ schnell gemerkt, so in unseren ersten Gehversuchen, in den ersten Prototypen unserer Spaces, dass das tatsächlich schwierig ist für die Produktivität, weil irgendwann entsteht einfach ein Geräuschpegel und so eine Grundablenkung, die du eigentlich permanent hast. Und was wir eben vor allen Dingen gemerkt haben, ist, dass die Nachfrage vom Markt total in diese Richtung Teambüro geht. Wir kriegen super viele Anfragen für Einzelbüros, die eigentlich so baulich extrem wenig nur Sinn machen, weil man super kleine schlauchartige Zimmer bekommt, weshalb wir auch eigentlich nur beim Zwei-Desk-Office überhaupt erst anfangen. Aber das ist halt genau der Punkt. Wir sagen, du brauchst in erster Linie, wenn du ein Büro hast, einen Ort, wo du produktiv arbeiten kannst. Es gibt ja viele, die den Ansatz auch in dieser ganzen New-Work-Diskussion verfolgen, den Mitarbeiter möglichst lange im Büro zu halten, sozusagen, über halt noch ein Angebot, was links und rechts neben dem Office oder neben dem eigentlichen Schreibtisch besteht. Wir sind eigentlich davon überzeugt, dass die Leute auch ein Leben vor und nach dem Büro haben und eigentlich eher so wenig Zeit wie möglich im Büro verbringen möchten. Und deshalb froh sind, wenn sie produktiv in der kürzestmöglichen Zeit ihrer Arbeit auch fertig kriegen. Und so sind unsere Offices eben aufgebaut. Du kannst die Tür hinter dir zumachen. Du hast einen großen Schreibtisch, um wirklich auch mehrere Monitore aufzubauen, dich auszubreiten, dass du wirklich auch dein persönliches Reich so ein bisschen schaffen kannst, was halt in anderen Spaces oder in Open Spaces generell nur sehr bedingt möglich ist. Und ich glaube, da fühlen sich einfach sehr viele Leute sehr wohl in so einer Umgebung. Weil, ja, man tatsächlich so am produktivsten ist. Und ihr grenzt euch damit ja auch von der anderen Alternative ab. Also eine Alternative, um in Frankfurt und Umgebung Büroflächen zu bekommen, wäre ein Coworking-Space. Aber eine andere, die klassische, wäre, dass man sich Bürofläche mietet und die selbst einrichtet und so weiter. Ist da nicht euer Vorteil, dass ihr wesentlich flexiblere Angebote anbieten könnt? Weil ich kenne da so Storys, dass Büroflächen so für fünf Jahre vermietet werden. Und Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer und so weiter, die können so lange finanziell gar nicht planen. Also das ist überhaupt ja die eigentliche Daseinsberechtigung für Anbieter wie uns. Das Thema Flexibilität. Das Thema Servicing kommt da natürlich noch oben drauf, dass ich mich nichts kümmern muss, wenn ich zu einem Coworker gehe, dass ich alles fertig zur Verfügung habe. Also dieses Office as a Service. Aber die Flexibilität ist eigentlich das Hauptargument. Und das hat jetzt durch Corona noch mal deutlich mehr an Bedeutung gewonnen. Weil ganz viele eben gemerkt haben, es kann von heute auf morgen alles anders sein. Ein Planungshorizont von fünf Jahren und ein normaler Gewerbemietvertrag fängt halt bei fünf Jahren erst an. Normalerweise geht es eher so auf sieben, zehn Jahre. Das ist für einen Solo-Selbstständigen oder für jeden Unternehmer in der heutigen Zeit absolut nicht darstellbar. Also das ist fernab von jeder Wirklichkeit. Und da liefern wir eigentlich mit unserem Angebot, aber nicht nur wir. Das machen eigentlich ja alle Office-Center-Konzepte so, dass man probiert, möglichst flexible Laufzeiten eben zu schaffen für die Kundschaft. Ein Planungshorizont heute geht maximal 18 Monate, die ich so einigermaßen gut einschätzen kann. Und danach weiß kein Mensch, was ist. Ich weiß nicht, wie es mir wirtschaftlich geht. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ich dann haben werde. Und das ist ja was, wo ich eigentlich permanent reagieren muss, gerade bei meinen Mitarbeitern. Ich weiß überhaupt nicht, alle sagen heutzutage, ja Homeoffice, Homeoffice, jetzt funktioniert ja doch irgendwie. Dann kommen die Leute doch wieder zurück, weil sie merken irgendwie, ab und zu will ich doch ganz gerne mal ins Büro gehen. Wenn ich heute einem Unternehmer die Frage stelle, wie bewertest du das Homeoffice? Dann sagen alle, keine Ahnung, mal gucken. Wir machen da gerade erst unsere ersten Erfahrungen. Und da eben auf einer teilweise Basis von einem Monat wirklich super flexibel reagieren zu können, das kann eigentlich fast keiner heute abbilden. Und deswegen glaube ich, dass wir mit unserem Modell oder generell die Branche der flexiblen Offices in den nächsten Monaten und Jahren deutlich stärker an Bedeutung gewinnen wird. Weil viele eben merken, dass das Thema Risiko und Risikomanagement im Bereich Büro eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Weil viele haben jetzt eben wirklich Probleme, die sagen, ich habe alle Leute nach Hause geschickt, gerade wenn wir mehr noch in Richtung größere Unternehmen gucken, wo wirklich Tausende von Quadratmetern leer und ungenutzt rumliegen, aber trotzdem die Miete eben bezahlt werden muss. Und die sagen, ich habe hier noch drei, vier Jahre Laufzeit, was mache ich damit? Ich werde nie wieder 200 Schreibtische im Standort X benötigen, vielleicht noch irgendwie die Hälfte oder so. Was mache ich mit dem Rest? Und das ist für viele Firmen ein großes Problem. Und für die Zukunft wird hier Flexibilität, glaube ich, ein großer Treiber sein. Ja, ich hatte, du hattest es gerade angesprochen, das ist eine Zeit, in der Arbeitgeber auch oft noch gar nicht so richtig beurteilen können. Wie ist das Modell gerade? Keine Ahnung, man muss langfristig erstmal schauen. In einem Vorgespräch mit Caro Wagner, der Veranstaltung, hat man darüber gesprochen, dass das vielleicht so ein bisschen das Sympathische oder das Interessante an diesem Jahr 2020 ist. Das ist in vielerlei Hinsicht sowas wie ein kollektiver Testlauf für die Wirtschaft. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es läuft. Also auch was Remote Work angeht, was die Virtual Teams angeht. Und wie, ich habe auf LinkedIn gelesen, du hast dich zum Thema New Work geäußert. Wie siehst du dieses Thema New Work im Jahr 2020? Also es müsste dann noch mehr in Richtung Bedürfnisse der Mitarbeiter gehen, richtig? Vor Corona wurde New Work, eigentlich egal, wo man darüber nachgelesen hat, war eigentlich ein Einrichtungsthema letzten Endes. Dass Firmen sich überlegt haben, wie kann ich mein Corporate Office so gestalten oder so umgestalten, dass das Corporate Office, die Zentrale für meine Mitarbeiter, möglichst attraktiv ist. Dass ich halt die Zeit, die die Leute bei mir im Büro verbringen, möglichst angenehm gestalte, was auch fein ist. Und dann hat man eben probiert, wirklich so Themen wie Remote Work, was vor Corona noch total bedeutungslos eigentlich war im Vergleich zu dem, was wir heute haben, da irgendwie noch mit rein zu quetschen. Und was dann eben dabei rauskam, ist, dass man eben ganz viele nur noch Open Space Offices hatte, wo Bereiche fließend ineinander übergingen und viele Firmen den eigenen Schreibtisch gänzlich abgeschafft haben. Und das hat an vielen Stellen tatsächlich da schon auch für Unmut gesorgt, weil dann doch es eigentlich ganz nett ist, wenn man morgens kommt und weiß, wo man sitzt und irgendwie auch mal ein paar Sachen da lassen kann. Und dann ist es auch schön und gut, wenn es dann noch große Kaffeebereiche gibt oder so, ja, oder noch nach der Arbeit dann irgendwelche Afterwork-Geschichten mit Yoga-Kursen oder weiß ich nicht. Ja, was halt viel, viel, was halt in dieses New Work eben rein interpretiert wurde. Letzten Endes ging es darum, den Mitarbeiter möglichst lange oder das Büro so zu gestalten, dass der Mitarbeiter auch möglichst viel Zeit dort verbringt. Ja, am besten vor der Arbeit noch seinen Sport macht, da duschen kann, dann möglichst lange da arbeitet und nach der Arbeit noch mit den Kollegen zur Zeit dort verbringt und im Idealfall auch noch über die Arbeit spricht. Da ist der Tischkicker ein Incentive für Überstunden. Sozusagen, ja. Ich meine, wenn ich sowieso bis 22 Uhr im Büro bleiben muss, dann will ich zwischendrin wenigstens kurz mal fünf Minuten kickern, so ungefähr. Ich glaube, Corona hat das einmal komplett umgedreht, weil wir da plötzlich alle gesehen haben oder erfahren mussten, dass Homeoffice doch irgendwie funktioniert. Und dann ist das Ganze in so ein anderes Extrem umgeschwungen, dass dann hieß es nur noch New Work ist jetzt alle nur noch Homeoffice und nur noch Teams, Teams-Meetings oder so, ja, oder Zoom-Calls und so. Und das ist für viele Firmen oder gerade auch für viele Mitarbeiter auch nicht befriedigend. Also die Wahrheit von New Work liegt, glaube ich, irgendwo da in der Mitte. Ich glaube, New Work in der Zukunft wird vor allen Dingen bedeuten, den Mitarbeitern mehr Freiheit oder mehr Entscheidungsfreiheit darüber zu geben, wann, wo und wie sie arbeiten wollen. Das klassische Corporate Office, die Zentrale, wo alle morgens hin pilgern, wird an Bedeutung verlieren. Und das klassische Büro wird mehr und mehr ein Punkt der Zusammenkunft sein, wo wirklich Leute zusammenkommen, um kreativ Ideen, Konzepte, Innovationen zu besprechen, zu entwickeln. Und der Ort, wo der einzelne Mitarbeiter seine produktive Arbeit verrichtet, das wird viel differenzierter sein. Viele arbeiten superproduktiv im Homeoffice, sind da auch gerne und nutzen das so, wie es heute schon funktioniert, aber für viele klappt es eben nicht. Die wenigsten haben wirklich ein Arbeitszimmer zu Hause. Bei vielen springen die Kinder dann irgendwie rum oder müssen vom Küchentisch aus arbeiten. Es gibt überhaupt nicht im Homeoffice die Infrastruktur mit wirklich nach Arbeitsstättenrichtlinie passendem Mobiliar etc. Und da in diesem Modell werden, glaube ich, Coworking Spaces allgemein eine wichtige Rolle spielen, weil viele Mitarbeiter in der Form, dass Arbeitgeber, denke ich, irgendwann auch diesen Schritt machen werden. Und sagen, lieber Mitarbeiter, du kannst, es heißt nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten, du kannst dir selber aussuchen, wo du am produktivsten arbeiten kannst. Und da kommen wir dann mit unserem Konzept natürlich ins Spiel, dass wir sagen, wir bringen Coworking Spaces und professionelle Flex Offices auch außerhalb von den Metropolen dahin, wo die Menschen eben wohnen. Dass man das wirklich als echte Alternative zum Homeoffice dann auch nutzen kann. Und das so, dieses Konzept, wirklich freie Arbeitsplatzwahl, dahin gehen, wo man produktiv ist, das Büro nutzen als Ort der Zusammenkunft. Das ist vielmehr das Konzept New Work für mich, als einfach nur einen Tischkicker und eine Lounge einzurichten und einen Barista einzustellen in meinem Corporate Office. Ein bisschen Obst da liegen zu haben, ja. Aber das ist mal schön konkret gefasst. Ansonsten sehe ich, wenn man den Hashtag New Work mal durchscrollt, da kannst du auf alles Mögliche stoßen. Sehr, sehr, sehr heterogen. Mal zu eurer Organisation, eurem Unternehmen Sleeves Up selbst gefragt, wie kann ich mir da die Staff, das Mitarbeiterbild vorstellen? Habt ihr da Standortmanager? Ja, also unsere Organisation ist, würde ich sagen, relativ schlank aufgestellt, was das angeht. Wir versuchen so viel wie möglich, und das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, so viel wie möglich, was regelmäßig wiederkehrende Handgriffe sind, administrative Dinge zu standardisieren und zu automatisieren. Da spielt Digitalisierung natürlich auch eine wichtige Rolle in dem Ganzen, sodass wir da mit relativ wenig Manpower an der Stelle auskommen. Das heißt, es gibt ein relativ schlankes Overhead, eine relativ schlanke Administration und dann steht im Kern wirklich für jeden Standort ein Standortmanager. Und das ist nicht einfach nur ein Frontdesk, also irgendwie eine Empfangsdame, sage ich jetzt mal salopp, oder ein Empfangsherr, sondern wirklich jemand, der wie ein Unternehmer im Unternehmen denkt und handelt. Das ist wie sein eigenes kleines Unternehmen. Richtig, genau. Jeder Standortmanager hat wirklich die Verantwortung für seinen Standort, hat auch einen großen Rahmen an Entscheidungsfreiheit, wie er seinen Standort managen will, wie er vermarkten möchte, lokal, was für Veranstaltungen er zum Beispiel macht, was er für seine Kunden macht. Und das merken unsere Kunden eigentlich auch dahingehend, dass der Standortmanager eigentlich viel mehr ist als einfach nur der Bürovermieter, sondern er ist eigentlich der zentrale Ansprechpartner für alle Themen, was nicht funktioniert. Weil wenn jemand zu uns kommt, dann muss das Büro einfach funktionieren. Und das ist ja eigentlich auch genau das Thema, wenn ich selber ein Büro anmiete, muss ich mich um alles selber kümmern, egal ob der Drucker nicht druckt oder das Internet nicht geht. Ich hänge jedes Mal selber am Telefon, muss rumtelefonieren mit zehn verschiedenen Dienstleistern. Bei uns gibt es einen Ansprechpartner, der die Verantwortung und auch die Befugnis und die Kompetenz hat, innerhalb kürzester Zeit Probleme zu lösen. Und nicht nur Probleme zu lösen, sondern auch der zentrale Punkt für die Community irgendwo ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das können wir nur deswegen so machen, weil unsere Standorte nicht so groß sind. Wenn wir jetzt 5.000, 6.000 Quadratmeter große Standorte hätten, würde das schon nicht mehr funktionieren. Dann brauche ich noch ein viel umfangreicheres Community-Management. Dann brauche ich wirklich eine Herrscher an Mitarbeitern, die schlichtweg am Aufräumen sind, sage ich mal. Und das ist über unsere Struktur, können wir das deutlich schlanker halten, dass unsere Standortmanager sich wirklich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist. Und das ist der Kontakt zum Kunden und der Austausch mit dem Kunden. Das sind wie so General Manager für den Standort. Und haben die dann wiederum auch Mitarbeitende oder nicht? Also in der Regel ist es so, dass wir einen verantwortlichen Standortmanager haben. Je nachdem gibt es dann hier und da nochmal eine Aushilfe, die ich supporten kann. Aber ich sage mal so, wie in jedem Office gibt es dann einen Reinigungsdienst als Dienstleister, der eben putzt und sauber macht und solche Dinge erledigt. Aber ansonsten ist es halt zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn es darum geht, Dinge fürs Office zu bestellen. Also klassische Verbrauchsgüter, Kaffee, Drucker, was auch immer. Das funktioniert bei uns schon sehr standardisiert und automatisiert, sodass da eigentlich so gut wie keine Manpower nötig ist. Oder auch Raumbuchungen zum Beispiel abzuwickeln, wo dann oftmals irgendwelche Assistenten sitzen müssen, um eben so klassische Backoffice-Adminarbeit zu machen, händisch. Das haben wir schon ein großes Stück weit automatisiert, geht zentral über das Backoffice und ist eigentlich kein Arbeitsaufwand mehr vor Ort. Ich weiß, aus eigener Erfahrung in anderen Coworking Spaces sind das dann die Community Manager, die so die Ansprechpartner für so die Everyday-Sachen sind. Aber nicht das betriebswirtschaftliche Ganze von dem Standort im Blick behalten. Wir könnten vielleicht noch über das Thema mobiles Arbeiten reden. Glaubst du, dass da so ein Zukunftsmodell ist, dass Menschen, ihr seid ja sehr nah an den Standorten, wo die Menschen leben, in Weiterstadt zum Beispiel, in der von Darmstadt. Könnte da nicht ein Modell sein, dass sich die Leute zwischen Homeoffice, Coworking Space und vielleicht sogar ihrer eigenen, also dem herkömmlichen Corporate Office, die Arbeit teilen werden? Also, dass das so ein bisschen, wie sagt man da, atomisiert wird, dass die Leute so ihr eigener Chef sind und sich dann viel aussuchen dürfen, wo sie arbeiten, auch oft täglich? Ja, das ist eigentlich für mich ein ganz zentraler Bestandteil von diesem New Work Konzept oder wie Menschen in Zukunft arbeiten wollen oder auch können werden. Wir sehen das tatsächlich auch schon vereinzelt bei einzelnen Kunden, die das genauso leben, die tatsächlich auch davon Gebrauch machen, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, dass wir mehrere Standorte haben, die sagen, okay, ich habe meinen, also gerade heute wieder mit einem Kunden gesprochen, der hat sein festes Office in Offenbach, nutzt regelmäßig auch den Standort in Dreieich, weil es näher an seinem Zuhause ist, eben in so einem Flex-Modell und geht aber auch regelmäßig zu uns nach Frankfurt in die Innenstadt, wenn Kunden von außerhalb kommen für Meetings, dass die eben einen möglichst kurzen Weg haben. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Vorteil, aber bildet eigentlich genau das ab, dass das Individuum selbst entscheiden kann, wo möchte ich heute arbeiten, wo kann ich heute am produktivsten sein, weil ganz oft ist natürlich das Thema Wegstrecke zur Arbeit ein ganz entscheidender Faktor, der dir Zeit nimmt. Und manchmal musst du halt in die City reinfahren, auch wenn es irgendwie eine Stunde dauert im Berufsverkehr, einen Weg von deinem Wohnort aus, aber es ist eben wichtig, weil ein Kunde von außerhalb kommt und dann ist es dir die Zeit wert. Aber jeden Tag zwei Stunden Zeit zu verlieren im Auto oder im Nahverkehr, nur um an dein Office zu kommen, ist vielleicht nicht immer das ideale Modell, um möglichst viel Arbeit innerhalb deines Tages eben fertig zu bekommen. Und ich glaube, das werden viele Mitarbeiter zunehmend auch für sich entdecken und auch aktiv nachfragen bei ihrem Arbeitgeber. Aber ich glaube, viele Unternehmen werden auch zunehmend solche Modelle ausprobieren. Stand heute ist es so, dass eigentlich je größer die Unternehmen werden, umso weiter ist man noch davon eigentlich weg. Das liegt aber auch daran, dass viele Unternehmen aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch gar nicht in der Lage sind, wirklich eine Entscheidung zu treffen, was solche Modelle angeht. Da ist noch viel Abwarten und ich vermute, dass wir im nächsten Jahr, nächstes Frühjahr da die erste Bewegung sehen werden, weil viele Corporates eben noch sagen, bis Ende 2020 alle Homeoffice und passiert gar nichts mehr. Das liegt einfach an den Corporate-Strukturen und Entscheidungswegen etc. Kleinere Unternehmen sind da schon deutlich dynamischer und probieren schon deutlich mehr aus. Aber was ich so in den letzten Minuten noch vielleicht ein bisschen in kritischer Absicht ansprechen möchte, ich habe mich zu Beginn der Corona-Krise schon gefragt, was für Veränderungen es so März, April, Mai und so weiter plötzlich und sehr stark gab, die dann aber nach der Corona-Krise vielleicht wieder verfallen. Dann verfällt man vielleicht wieder in alte Muster, weil es gibt genug Big Player, genug mittelständische Unternehmen, die sehr, wie soll man sagen, sehr viel Sagen daran haben, wie gearbeitet wird und wie New Work aussehen kann. Also könntest du dir da auch vorstellen, dass die Corona-Krise jetzt mal so ein Ausnahmezustand ist und nächstes Jahr im Frühling, Sommer, ach, dann machen wir es wieder so wie die 30 Jahre vorher? Oder glaubst du, dass wir gerade wirklich we're in for the long haul, also dass sich jetzt wirklich langfristig was verändern wird dank der Corona-Krise? Also wie immer wird so ein, so ein, ein Extrem, auf ein Extrem folgt halt in der Regel auch immer ein relativ extremes Zurückschwingen des Pendels sozusagen, ja. Aber ich glaube, dass diese, die grundsätzlichen Fragen, die auch Entscheidungsträger in Firmen sich aktuell stellen, nämlich Homeoffice funktioniert irgendwie, was ist eigentlich die Rolle von Homeoffice in der Zukunft? Das ist plötzlich angekommen in den Köpfen der Leute und wird dort auch nicht einfach wieder verschwinden. Und auf der anderen Seite sehen viele Unternehmen, dass in der eigenen Office-Fläche ein enormer Kostenfaktor und ein enormes Risiko schlummert, weil sie jetzt eben da auf Überkapazitäten sitzen, die richtig Geld kosten. Und eigentlich durch die Bank oder wenn man bei verschiedenen, also Immobilienprofis mal nachliest in Studien etc., stellt man eigentlich fest, dass so eine Schätzung dahin geht, dass ungefähr der Bedarf an Bürofläche, gerade so im Corporate-Bereich ungefähr 20 Prozent zurückgehen wird, weil man eben sagt, man will verstärkt noch aufs Homeoffice setzen. Also das ist ja jetzt keine Zahl, wo man denkt, boah krass, irgendwie das Corporate-Office verliert völlig an Bedeutung, sondern zeigt eigentlich eher, dass man langfristig damit rechnet, dass schon ein bisschen weniger Bedarf an eigener Bürofläche benötigt wird, aber halt nicht alles wegfallen wird. Und das bestätigt ja eigentlich, dass die Modelle einfach flexibler werden, aber das klassische Corporate-Office auf keinen Fall so sehr an Bedeutung verlieren oder gar verschwinden wird. Ich glaube auch, dass es auf ein Hybrid-Modell hinauslaufen wird. Aber es ist die Frage, ob da nicht, wenn Großunternehmen die Bürofläche ein bisschen weiter zurückschrauben, ob das nicht in the long run für den kleinen Mann, die kleine Frau, zugunsten ausfallen wird, weil wenn die Bürofläche leer wird, was kommt dann rein? Entweder Gastronomie, wo du mal warst, um wieder an den Anfang zu kommen, oder aber Wohnfläche. Und an Wohnfläche mangelt es gerade in einer Metropole wie Frankfurt durchaus. Also da wäre die Frage, wie wird sich dann in den Städten selbst die Bürofläche, die Gewerbefläche verteilen? Ja, wobei das allerdings ein relativ langfristiger Effekt ist, der wirklich irgendwie fünf Jahre Vorlauf braucht, bis wir da Ergebnisse sehen. Das liegt einfach daran, eine Immobilie umzuwidmen. Mit allem, was da dranhängt, braucht einfach sehr viel Zeit. Allein schon, was auf behördlicher Ebene Planung etc. betrifft, über den Umbau und so weiter. Also da werden wir kurzfristig nicht so eine krasse Veränderung sehen. Langfristig werden sich sicher unsere Städte verändern. Und ja, ich glaube, dass flexible Modelle da eine deutlich größere Rolle spielen werden. Alright. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung. Ich wünsche dir und Sleeves Up alles Gute. Vielen Dank. Den nächsten Gründertalk mit mir seht ihr um 15 Uhr. Dann wird es um etwas ganz, ganz anderes gehen, nämlich um Vintage Clothing mit Robin Balzer von Vino Kilo. Vielen Dank, Sebastian und bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank.